So, Montag, Mülltonnen wurden abgefahren. Weiter werden diese Mülltonnen vorgehalten. Mülltonnen sind mindestens zwei, Mülltonnen zu wenig. Wir kriegen nichts weiter entsorgt. Es ist eine Frechheit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und selbstverständlich benutze ich die Mülltonnen, weil im ganzen Haus hat man immer die Mülltonnen benutzt. Das ist Müll, den ich in der Wohnung habe.